Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal soll es um Cyber Monday gehen, also der Countdown endet ja oder fängt jetzt bald an. Ihr habt mich ja darum gebeten, dass ich euch Bescheid sage, wenn bei Amazon oder bei Ebay oder irgendwo besondere Sachen sehe. Und da habe ich jetzt gedacht, Mensch, da mache ich dann nochmal dazu ein Video. Das ist jetzt nicht bei der Cyber Monday mit bei meinem Fernsehen. Also das ist mein Fernseher, der da hinten steht, da seht ihr an. Den habe ich gekauft für 2.999 oder 2.998 und der ist jetzt im Dauerpreis jetzt bei 2.999, der hat ursprünglich 3.999 gekostet. Und ist jetzt momentan, also es war kurzzeitig für 1.200 ein paar zerquetschte, jetzt 1.500 ein paar zerquetschte. Und das ist für den Fernseher, also 1.460 Euro billiger, jetzt 49%, das waren 52% mal billiger. Ein Toppreis, weil der kostet immer noch, hier ist der 49 Zoll, der ist minimal billiger als der 65 Zoll. Und der 55 Zoll kostet immer noch 1.700. Also das heißt, der kleinere ist teurer als der große. Und das ist halt ein unschlagbares Angebot, das wollte ich einfach unbedingt mit drin nehmen, damit ihr das wisst. Ich habe es ja schon geteilt, aber ja. Dann, hier haben wir dann noch, hier habe ich gekauft, 2017, seht ihr ja. Sonst habe ich Playstation Plus so verlängert. Da hatten sie schon mal Anfang 2017 so ein geiles Angebot. Weil normalerweise kostet Playstation Plus Mitgliedschaft für ein Jahr 59 Euro. Oder 59, ein paar zerquetschte, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Jetzt gerade hier über 10 Euro billiger. Links mache ich euch natürlich gleich in der Videobeschreibung, dass er da hinkommt. Und ja, klar unterstützt er mich damit auch, wenn ihr da einkauft. Ein paar Prozent kriege ich, ist nicht der Rede wert, aber ein bisschen was. So, dann habe ich hier, weil viele ja gesagt haben, hier Maustastatur ist immer, gut, mach doch da mal. Da haben sie jetzt hier zum Beispiel das Mauspad, wo man dann halt die Maus, wo die dann halt hier durch Induktion geladen wird und sowas. Und dann leuchtet es auch noch. Ist das das Induktionsding eigentlich? Weiß ich jetzt nicht. Für, ja, 20 Euro billiger rund gerechnet. Ja, dann haben wir hier die Evo-Karten von Samsung. Ich habe mir jetzt eine 128 von, 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 sendes geholt. Die hatten sie beim Mediamarkt ein Angebot für 19 Euro. Ja, Samsung ist halt mal wieder teurer, aber von 49 auf 33 runter, das ist schon. Na, juter Preis. Festplatten, habe ich gedacht, zeige ich euch auch mal. Ach, hier ist übrigens mein Laserpointer, den ich geholt habe für die Katzen. Der ist jetzt hier teurer. Ich hatte eine andere Version davon für, drei, vier, fünf Euro, ich weiß es gar nicht genau. Hier eine 4 Terabyte externe Festplatte. Die geht übrigens auch für die Playstation 4. Von 129 auf 89 Euro runtersetzt. 2 Terabyte lohnt sich im Prinzip nicht wirklich. Wenn ihr einen Terabyte intern habt, kann man eine 2 Terabyte auch intern bauen. Habe ich auch. Und einen Terabyte extern kommt man auf 2, wenn man 2 Terabyte, ich weiß nicht. Also, wenn, dann lohnt sich das eine 4 Terabyte schon eher. Ja, und die paar Euro, was man da drauf packt. Dann hier noch ein paar kleine. Was habe ich noch weggepackt? Ah, hier den Echo Show. Die erste Generation, also nicht die zweite Generation, da ist ja hier der Lautsprecher, ist dann auf der Rückseite. Haben sie jetzt für 119, hier oben 119, also knapp, naja doch, 100 Euro billiger. Den bin ich am überlegen, ob ich mir den hole. So, dann hier so ein Wischer, den habe ich hier auch einzeln nochmal weggepackt. Das ist fast der gleiche Wischer, wie ich habe. Also, da bin ich auch am überlegen, ob ich mir den kaufe. Der hat hier dann die Schleuderfunktion. Das hat meiner nicht. Meinen kannst du halt nur so rin machen und dann auswringen, so drücken und dann wieder rausnehmen. Das ist schon ganz gut, aber ist der gleiche. Also, das ist jetzt der Nachfolger. Habe ich gedacht, warum nicht? Und dann Echo Plus, erste Generation. Ja, und wenn ihr jetzt kauft, dann kriegt ihr so ja drei Monate Amazon Music gratis dazu. Und der kostet jetzt hier 94 Euro. Dann haben wir hier noch ein paar Laptops, haben sie auch runtergesetzt, von 599, 499. Hier überall so ein 100, dann mindestens Rabatt. Und ja, ich habe hier noch so eine Hose gefunden. Da bin ich gerade am überlegen, ob ich die in meinen Warenkorb tue. Also, Playstation Plus habe ich schon in meinem Warenkorb. Da warte ich nur noch drauf, dass es Geld gibt. Da bin ich am überlegen, ob ich mir die hole. Die sieht gut aus. Jetzt machen wir was anderes. Und ja, gibt es auch in XXL und 3XL, 4XL in schwarz, in braun. Ich würde es dir dann wahrscheinlich in schwarz holen. Schwarz finde ich gut. Oder so in hell. Weiß ich nicht. Und die haben auch noch ganz andere Sachen hier da. Die haben, könnt ihr ja mal durchgucken hier, IP-Kamera, Tablet, elektrische Zahnbürste. Also, da ist eigentlich hier Britta Wasserfilter. Hier ist Playstation Plus gewesen. Das habe ich nur, halt bevor ich hier auf der Seite war, schon gesehen. Ja. Also, das ist eigentlich für jeden Watt mit bei. Und viele haben immer gesagt, zeig uns sowas. Sag doch mal Bescheid, wenn sowas ist. Auch hier unten, jetzt hier seht ihr ja, hier haben wir einen Countdown. Das läuft ab. 3% reserviert. Wenn das voll ist, dann ist es weg. Da kann man dann auch immer noch gut Prozente machen. Hier bei den Kühlbeuteln bin ich am überlegen. Hier den Baby-Rückspiegel. Den finde ich auch ganz interessant. Den brauche ich aber nicht kaufen. Weil den habe ich schon. Den habe ich schon vorgekauft. Genau den gleichen. Aber hier, vielleicht von einer Firma oder so. Ich weiß es nicht. Normalerweise müsste denn hier stehen, hast du gekauft. Aber ich habe den gleichen. Ich hatte damals auch mal ein Video dazu gemacht. Da war noch nicht mal an unsere Tochter zu denken. Aber ich habe schon vorgeplant. Man weiß ja nie, wie es kommt. Was man hat, hat man. Was man kriegt, weiß man nicht. Da war schon mal ein Angebot. Da waren die bei der Spiegel über 50% reduziert. Und da habe ich gedacht, da musst du zugreifen. Ah, hier ist die Hose nochmal. AX. 4K-Cam. Akku. Stativ. Steckdosen. Also da ist eigentlich für jeden was bei. Schminkspiegel. Wie gesagt, den Link haue ich euch einfach mal in die Videobeschreibung. Und hier hat man immer ordentlich Prozente. Hier das externe, nicht DVD, sondern externe Blu-ray. Ein externe Blu-ray Laufwerk habe ich schon gekauft. Das müsste Montag oder Dienstag kommen. Dann kommt dann auch nochmal ein Video zu. Oh. Massagestab. Oh, der Pinguin ist ja süß. Ich muss auch sagen, ich forste den echt ungern durch, weil ich finde dann meistens immer irgendwas. Und das könnte man noch brauchen. Und dann hast du eine Frau neben dir sitzen. Nein, das brauchst du nicht. Elektroauto. Dann bin ich am überlegen, ob ich sowas für Weihnachten für meine Tochter hole. Ja, ihr seht, da ist wirklich viel mit bei. Schneidebretter, Rucksäcke, Kopfhörer. So, machen wir mal ein bisschen vor. Pullover. Und hier unten haben wir dann auch noch alle verfügbaren Angebote. Da können wir dann halt hier auch so besser durchforsten. Hier, der Echo. Den haben sie jetzt auch für 24,99 anstatt für 60 Euro. Also 25 anstatt 60. Meine Oral-B, die ich habe, die haben sie auch jetzt drin. Ist doch ja ein Doppelpack, glaube ich, oder? Nee. Doch, mit zwei Zahnbürsten. Oh, das ist ein Toilet-Anne-Wort. Die ist auch gut. Also ich bin damit zufrieden. Und die ist schwarz. Ja. Das soll es soweit auch gewesen sein. Ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen. Und vergesst nicht, ab... Ich muss nochmal auf den Kalender gucken, dass ich es nicht verpeile. Ab dem 23. Ab dem 23. November ist Black Friday. Ich warte ja gerade nur noch drauf, dass Black Friday wird. Deswegen muss ich aufpassen, was ich jetzt hole. Weil, kann ich ja euch auch mal zeigen... Achso, muss ich hier auf... Ich warte auf ein bestimmtes Produkt. Babyfoo mit Kamera. Da hat der 3,5 Zoll. Genau. Da gibt es nämlich einmal mit 2,5 Zoll Bildschirm und einmal mit 3,5 Zoll. Und Frauchen will unbedingt das mit 3,5 Zoll. Das ist eine Kamera und Babyfoo und alle dann eben. Und mit Nachtsensor und Wärmesensor und alles Mögliche. Bis zu 10 Stunden Akkuleistung. 300 Milliampere, 50 Meter, ne, 300 Meter, 50 Meter. Da sind wir ganz gut mit bei, würde ich sagen. Hier, wie gesagt, hier ist das 2,7 Zoll Display. Und Frauchen möchte umgehen mit 3,5 Zoll Display. Und das hatten sie jetzt schon vor einer Weile runtergesetzt. Also bei 219 steht es schon eine ganze Weile. Und das hatten sie jetzt immer für 176, 179. Und ich hoffe jetzt, dass es jetzt im Black Friday nochmal runtergeht auf 120, 130. Vielleicht mit Glück 111 Euro. Und dann schlage ich zu, weil das will ich unbedingt haben. Später werde ich mich wieder ärgern, wenn es hochgeht auf 100. Dass ich es nicht für 20 Euro Billiger gekauft habe. Dass es dann nicht weiter als 154 geht. Naja, also das wollen wir unbedingt haben. Meine Frau und ich. Ich werde euch dazu ein Mal unten mal den Link reinpacken. Das ist auch in meiner Wunschliste drin. Weil wie gesagt, da packe ich immer alle drin, was ich mir so wünsche. Was ich mir dann so im Laufe der Zeit nochmal begutachten will. Und ja, was ich dann nach und nach mir zusammenhole. So, aber das soll jetzt auch soweit gewesen sein. Wie gesagt, denkt dran, am 23. ist Black Friday. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, da kommen ein paar richtig geile Angebote. Und wie gesagt, Playstation Plus werde ich mir entweder jetzt oder ich warte noch ab. Ob es zum Black Friday vielleicht nochmal billiger wird. Nochmal auf 45 oder 40 Euro. Das glaube ich aber nicht, dass es so weit runtergehen wird. Ich glaube, ich kaufe jetzt erst mal zwei Jahre demnächst. Und dann, ich habe ja sowieso noch, ich habe ja sowieso noch zwei Jahre oder drei Jahre. Ne, warte mal jetzt, 2017 gekauft. 18, 19 bis 2019. Ne, bis doch. Eben Jahr habe ich noch. Bis 2019 habe ich glaube ich noch. Oder 2020. Und jetzt nochmal zwei Jahre drauf. Ich mache jetzt, immer wenn jetzt so eine Angebote sind, greide ich bei Playstation Plus zu und hole mal zwei Jahre oder so. und packe das oben ruf. Und dann verlängert sich das ja automatisch hinten immer dran. Und dann bist du auf der sicheren Seite. Und kriegst du, hast du bis jetzt irgendwann ein Playstation Plus. Ja. So. Das soll es jetzt soweit gewesen sein. Den Kopf hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, ein Däumchen wäre. Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin. 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 Odin.